Wir können es jetzt auch bei den Fortgeschrittenen direkt so machen. Während Sabrina jetzt den Stock sichert, ihn aufnimmt, kann einer von uns beiden schon den am Boden liegenden Angreifer. Das heißt, die erste Kombination kommt dann tatsächlich auch schon aus dem Bodenlager heraus. Es ist nur etwas ungünstig, gegen drei Angreifer mit Stöcken am Boden zu bleiben. Klar, wenn ihr alle drei dann auf dich einhauen könntet, ähm, blutig. Das heißt, versucht jetzt, den ersten Angriff zu nutzen, um euch direkt hochzuarbeiten. Dann gleicht der nächste an, dann gleicht der dritte an. Und so weiter. Okay. Dankeschön. So, bitte wieder eure Stöcke. Bitte vierer Triebs machen. Wir haben... Super. Ich komme auf mich zugelaufen. Ich gehe auf mich zugelaufen. Und er entfacht mit mir schon. Und Angriff! Wo ist er? Auf mein Kommando und Angriff! Ja! Wo ist er? Angriff! Ja! Ja! Mischen, 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 mischen! Null Angriff! Ja! 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 Deine cosa! Ja! Ja! Und Angriff! Jaaaah!! Jaaaah!!! Jaaaaah!! Jaaaaahj!!! Ender Übergungfall Ender Übergungfall. Und angen! Und angen! Und angen! Oh! Vielen Dank.